ich bin hier unten auf dem boden der schlucht bis auf dem boden der tatsachen ja ja da oben waren wir da nicht gott schon aber hier diese erdinger bin ich schon mal rausgegangen ach so und dann bin ich geradeaus weitergegangen und nicht hier um die ecke oder wat waren wir hier nicht gerade eben wahnsinn hatte das müssen wir außen markieren also hier ist noch überall kohle und so wo man dran kommt ja also da habe ich bestimmt mal in einmal wasser ausgeschüttet so wie das aussieht wenn hier die lava zu obsidian geworden ist hier hinten bin ich gar nicht erst weitergegangen so 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 Ah, knipst du aus? Ja. Kein Bock da drauf. Ach, Socker, ist noch ein bisschen Eisen. Ja. Und hier geht es noch weiter. Ach du Scheiße. Da steckt sich ein Eisen hinter der Kohle. Hast du gedacht, ich finde dich nicht, ne? Ja. Ja, wenn immer, wird immer schlimmer mit dem Eisen hier. Ja. Und auch immer diese Widerworte, ne? Ja. Ja. Ja, das geht nicht. Da müssen wir mal ein paar Maßnahmen ergreifen. Genau. Da muss man hart bleiben. Genau. Aber die Höhle ist auch hart zu uns. Hier ist eine Sackgasse. Na, trotzdem ging es ja hier unten noch weiter. Mit viel Kohle. Hast du denn einen guten Tee, einen Erkältungstee? Nee. Ich trinke keinen Tee. Nee. Warum nicht? Bäh. Gibt es da leckere? Nee. Guck mal, hier sind die Fackeln auf der Seite. Das heißt, von irgendwo da bin ich gekommen. Ja. Dann machen wir die da mal weg. So. Hier ist auch eine. Vielleicht von hier. Nee, hier sitzt du auf der rechten Seite. Nö, ich habe hier Vigvaporub da. Ja. Schmiere ich mich abends immer mit ein. Aha. Ja, das ist ja auch gut. Ich habe hier mal Nasig. So. Ibuprofen. Lauter Chemie. Aha. Ja, und was ich auch immer gerne mache. Aber das habe ich jetzt gerade nicht da. Das heiße Orangen. Ja. Ja. Richtig schön. Vitamin. Das ist bestimmt auch gut. Ja. Ja, mache ich zwei Orangen. Ja. Presse ich aus und eine halbe Zitrone. Ja. Und ich mag das auch mit den Stückchen. Also mit Fruchtfleisch. Ja. Und dann heißes Wasser. Das ist gut. Ja. Oh. Aber habe ich jetzt gerade nicht da. Ja. Das ist ja so das, was ich halt gerne mache, wenn ich krank bin. hier. 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 Geht es weiter. Oh, ist das gold? in der wand immer so weit unten ja ich glaube das ist gut komisch da war ich mich gerade erschrocken ich gucke nur zu dem golden und hier ging es gerade da geht es noch weiter runter glaube ach da liegt ein eisen unten ja gold dann sind wir schon ganz schön weit unten wenn es so ist oder um sind auch noch gänge wo wir rein können und hier geht es runter ouch look überall man hört überall die lava gluckern hier unten habe ich redstone oh hier ist eine treppe wo bist du jetzt hingegangen ich hatte eigentlich nur was weg gemacht weiß gar nicht was hat war eisen oder kohle da ging es runter habe ich drei so fackeln habe ich davor gemacht so fackeln Ah, da ist er. Hier ist noch alles voll mit Rohstoff. Ja. Gesundheit. Danke. 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 Okay, hier ist eine Sackkasse. So. Oh, hier ist wieder Kies, ganz viel Kies. Sollte ich vielleicht weg machen, an welcher Ebene sind wir? 13, hier ist doch schon Diamantenebene, oder? Ja, so langsam, ja. Die meisten gibt es glaube ich auf Level 11 und 10. So, da hinten ist dann Ende Gelände. Und hier vorne hast du alles abgegrast, ne? Bist du hier bis zum Ende gewesen? Wo bist denn du? Dreh dich um! Dreh dich um! Ah, da! Bist du hier bis zum Ende gewesen? Ja, da ist Sackkasse. Dann mach ich da ja nicht mehr hin. Ja, okay. Dann helfe ich Kies abbauen. Ja, vielleicht ist er hier weiße Diamant drunter, oder so. Ne, weißt du was hier drunter ist? Noch ne Höhle. He he. He he. Na ja, das ist aber nix. Schade. Wär aber schön gewesen. Ja. Und hier warst du? Ja, da war ich bis zum Ende, da ist nix. Ich hatte hier oben, ich glaube, Kohle oder was weggemacht. Ich denke, huch. Wo geht's denn da hin? Ja, dann. Also, kohletechnisch haben wir hier keine Probleme, ne? Nö. Ah, guck mal, hinter dem Kies. Eis. Ich wusste doch, dass es hier noch irgendwie weitergeht. Ja, so ein Höhensystem, ne? Ja. Kann es sein, dass ich mich hier hochgebaut habe? Muss ich doch mal gucken. Ne, da wollte ich wahrscheinlich das Inventar leer machen. Ich habe hier in der Schlucht gesehen, ein Stückchen weiter höher. Da sah es so aus, als ob es da auch noch mal irgendwo rein geht. Ja, ich sag ja, das war ein Riesensystem. So, mal sehen, was da oben noch ist. Nöschte. Nöschte. Ach. Ach. Ah. Ach. H. Das war's für heute. Ja, da ist einer. So. Ja, Rohstoffe sind hier echt noch. Ordentlich, ne? Ja. Ja, wir sind ja auch auf der entsprechenden Höhe. Da würde ich gerne hin. Mal gucken. Mal gucken, ob wir das hin kriegen. Ja, okay. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Okay. aber ist eine ordnungsgemäße treppe nach oben ja da war eine treppe ich habe gerade eine nach oben gebaut da war auch irgendwo eine ja ach so die da ich habe gedacht hier oben wer was hier ist noch ein höhleneingang oben auf der anderen seite ist noch was hier bei mir nicht es war ein bisschen kohle und so aber hier ist keine höhle aber auf der anderen seite sehe ich was so so ich bin hier hochgeklettert und hier ist noch eine höhle okay wo mein sandturm ist da muss ich schnell noch mal ein bisschen kohle abbauen weißt du ja klar du und ich sehe hier licht am ende des tunnels ach lava ok da musst du vorsichtig sein ja wie sieht es bei dir spitz hacken technisch und so aus ich habe diese diamant die hält ewig und drei tage perfekt die habe ich neulich erst beim schmied wieder renovieren lassen sozusagen und schäufel schön und so bei welchen habe ich noch eins da müsste ich mal gucken ja ich meine kraft mucke es ist zwar die neue aber eine schöne neue ich habe gerade gar nichts das ist nicht viel das ist hier kohle das ist hier kohle ich bin es ist hier kohle ich bin es ist hier kohle Wir sind massenhaft Fledermäuse. Okay. Okay. Gut, dass wir Schulkerkisten haben. Und hier komme ich in eine Schlucht, in der wir schon mal waren. Aha. Hier sind Fackeln. Ja, das ist die, wo wir herkamen. Interessant. Das heißt, wir finden auf jeden Fall wieder zurück. Das ist hier oben. Okay. Dann markieren wir das mal und da muss ich mal sehen, dass wir hier auch so eine Treppe hinkriegen. Okay. Hmm. aber noch keine diamonds hier ist schon ziemlich frech so hat er wieder ansprüche ja nur logisch da ihr bezahlt kurz bis red gibt es doch so ein lied war das aus dem film aus dem alten das nicht mit marilyn monroe oder 30 gar nicht da unten wissen ja ich versuche hier eine treppe zu bauen da da Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Oh, da ist noch Eisen. Ach, ich wollte gerade was gucken. Oh, ich bin froh. Oh, ich bin froh. Oh, ich bin froh.